Was haben Schrotthändler und Schauspieler gemeinsam? Uns wird jede Menge Schrott angeboten und wir müssen dann was Sinnvolles draus machen. Und wenn alles nichts mehr hilft, dann kommt der Bagger und gibt uns den Rest. Also Leute, schaut euch diesen Clip an. Herzlich willkommen bei der Schrott- und Metallhandels GmbH Jungheim. Die Firma Jungheim in Bonn-Endenich ist ein traditioneller Familienbetrieb und besteht seit über 80 Jahren. Durch den stetig ansteigenden Input von Metallen ist es uns gelungen, diesen Betrieb erfolgreich weiterzuführen und uns heute auf dem deutschlandweiten Markt als Schrott- und Metallhandel zu etablieren. Durch unseren Standort in unmittelbarer Nähe der Müllverbrennungsanlage und naheliegend der Autobahn bieten wir unseren Kunden eine gute Verkehrsanbindung und sind aus ganz Deutschland einfach und schnell zu erreichen. Seit 1998 sind wir ein TÜV-zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb. Wir kaufen und verkaufen Eisen und Metallschrott von Privat, Gewerbe und Handel. Zum Abholen größerer Mengen stellen wir Ihnen gerne Container von 3 bis 40 Kubikmeter zur Verfügung. Durch einen unserer LKW ausgestattet mit einem Ladekran ist auch eine Direktbeladung möglich. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihre Metalle optimal und professionell in den Kreislauf der Verwertung zurückgeführt werden. Durch modernste Wiegesysteme, bis zu 40 Tonnen, sowie gut geschulte und gelernte Fachkräfte wickeln wir Ihr Anliegen zuverlässig ab und stellen für Sie durch den direkten Anschluss an die Londoner Metallbörse aktuelle und faire Tageshöchstpreise sicher. Denn Wertstoffe sind bares Geld. Bei uns werden Sie Ihren Schrott los. Bei uns werden Sie nicht in den nächsten Jahren. Untertitelung des ZDF, 2020